Hallo und willkommen zurück bei Let's Play, äh, Herr der Ringe, das dritte Zeit, oder? Und, äh, der Alerik spielt hier. Hi, Leute. Lass es nicht da. Schade, schade. Ihr habt ja beide einen Take gemacht vorhin. Ja. Ich soll dich übrigens vor allem aus grüßen, das hat mich gerade angeschrieben. Ah, ja. Der muss, der muss immer dabei sein, ne, bei den Aufnahmen. Das gibt's ja nicht. Das ist ja... Oh, jetzt bin ich in eine Zwischensequenz reingerannt. Können wir aber wieder drüber, die ist wieder so lecky. Ach, das ist der König, scheiße. Theodien, jawohl. Ich darf es leider Pissparken oder so was. Das ist jetzt so dermaßen laut, ich raf es nicht. Leute, die Aufnahme macht mich von der technischen Seite gerade mal wieder fertig. Wir können den Dammweg aus dem Oberhalb sichern. Keine Armee hat je den Klammerl durchbrotten. Ist das eigentlich die Original-Synchro? Oder einen Fußgibb der Füße in Hamburg. Sie werden gegen diese Festplatten wie Wasser auf Fels. Innerhalb dieser Mauern werden wir sie überleben. Bringt die Frauen und Kinder in die Hölle. Mann, 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 das ist echt schlimm. Ich hab gerade gelesen, bring die Frauen und die Kinder in die Hölle. Du wieder, ne? Ah, ganz, 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 ganz. Nein, wollen wir jetzt nicht. So. Ich würde es schon gerne mal sehen. Ja. Weiß, warum ich es nicht machen möchte. Weil der Amulator dann wieder auf den Schwenk so geht. Nee, geht nie mehr passieren. Kannst nicht, vorbei. Oh, er hat sich gerade mit so einem fetten Mike Jackson-Move zur Seite gedreht. Wenn ich aber hier noch umgucken, sind da überall rote Punkte. Ich glaube, das sind überall noch Kisten oder sowas. Rote Punkte, das hört sich doch nicht schlecht an. Soll ich klauen. Wir haben doch von's neue Ge- Ne Waffelkammer. Übrigens, Jao, den ist mein Lieblingscharakter. Deswegen ist er jetzt hier auch als Hauptcharakter ausgewählt, nicht mehr Mervyn. Weil erstens, mein Lieblingswaffe ist ja der Sperrkampf. Und der rammt dir gerade seinen Schwer-Sindie-Weichstalter. Gumbling, was ist denn für ein Name? Ach, neun langen Bogen. Ja, Elegost. Haben wir auch noch was für einen Hut-Hoden? Für den Hut-Hoden? Ich weiß nicht, ob wir für den Hut-Hoden noch was kriegen. Ich sammle erstmal alles ein und dann gucken wir nach der Ausrüstung. Das war scheinbar schon lohnenswert. Aber, das war's, glaube ich. Na gut. Elegost hat eine neue Rüstung und, ähm, Mervyn hat neue Äxte. Die haben wir von uns noch eingesammelt. Ja, stimmt. Wir haben schon eine Probeaufnahme gemacht, da lief der Emulator so bischof. Naja, Probeaufnahme, äh, das war schon eine richtige Aufnahme. Eigentlich. Aber jetzt scheint ja wieder alles gut zu funktionieren. Also, äh, im Verhältnis gesehen. Besser auf jeden Fall. Äh, ein paar Frames mehr sind's. Vorher sind wir wirklich selbst im Menü bei 25 Frames rumgedümpelt. Sieht aber auch so archaisch aus. Hm. Hm. Ja, der hat ja noch ein Mandel. Ja, okay, gut. Man kann jetzt, äh, ihr seht ja, dass der so eine, eine, eine Kapuze hat, ne? Ja, Karapuze heißt das. Sieht zwar ein bisschen seltsam aus. Okay. Das war's? Und hier unser Lil' Putana hat immer noch die Maske. Oh Gott, ich liebe den Stangenkampf, ey. Vor allen Dingen mit so einer richtig langen Hoppen. Oh, Alter, das hört sich gerade echt schwul an. Hm, 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 hm. Die Schokostöcher, ne? Oder Nougat-Stöcher. Alter, kleiner Schokostöcher. Ganz, ganz, ganz genau. Jo, jetzt ist hier, wo man wirklich was los. Die nur einquatschen. Ganz toll. Äh. Was du mir zu sagen? Ja. Nichts sinnvolles. Perletz. Schuhe für die Tür. Bald ist Nikolaus. Na gut, blöde, das ist nachher. Das ist blöde Insider, Leute. Deutsch-Länder-Wörstchen, die Döse geht nicht auf. Hm, hm. Äh, gut, gut, gut. Klassgenossen. Hm, hm. Hm. Können wir auch noch reingucken? Das scheint so was wie ein Speisesal zu sein. ich habe lecker Frisalien Lappelbors Gimli, oder? Warte, Käsebors Das ist, glaube ich, Gimli Der Gimli ist so vorsichtig Der ist ja rosa Also mein roter Wappenrupp Er sagt nicht, dass er rosa ist Das ist rosa Geht mir das Herz auf Sonst kommt Grimli ja persönlich zu dir nach Hause und haut dir auf den Kopf Ich bin mir nicht nur vom anderen Ufer, guck mal, der ist ja ganz rot He 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 Ihre Rüstung ist jetzt auch ein bisschen offenherziger, finde ich Oh ja Das ist der heilige Kral Was denk ich wirklich? So, lass die Böse Frames, böse Frames Gimli, geht sie hoch, ihr scheiß Frames Gimli, geht sie hoch, ihr scheiß Frames Gimli, geht sie gleich gleich Das geht ja gar nicht Warum...? Kann sich die vorstehen, wie langsam gehts das Warum ausgesprochene das war oben kam gerade erst bei mir an die Rüste und sind dick und ihre Schilde breit und mein Schwert ist... Das sieht aus wie der Weihnachtsmann Das ist kein Schwert, Robin, das ist durch! Erinnert mich, dass ich euch nie nach Hause einlade! Seine Stimme ist übrigens scheinbar die originalen Co. Lass Sie kommen! Ich bin stärker denn je! Heiliger Kroll. Oaaaaaaaaah! Cool, dass wir nämlich immer nie anfingen Klinga zu tanzen. Das ist so, wenn er schon den Wodka-Krall hochhält. Wir müssen scheinbar hier einfach mit einer ganzen Menge Leute quatschen. und so ein kackfrech auf dem Thron sitzen ich gehe auch hier morgen auf dem Thron komm nicht mal drauf ging nix, leider nicht das ist ja Stuhl der hat öfter den Thron geschissen Scheiss hier randvoll, hier sind jetzt mal die Goldstücke das alles aus den Schläuchen glaube ich, dieses blöde Waffenlager, oder? ne ne ne, auch scheiße, jetzt ist er wieder rausgegangen, verdammt ja Schiri, Spielverzögerung das ich mir nicht rausgehen kann gerade erst bei mir an, du bist bei mir erst gerade wieder rausgegangen jetzt bist du bei mir wieder reingegangen das ist auch was, die Übertragung dauert jetzt auch, das ist mir beim Lars letzten schon aufgefallen oh, hübschen Frauen da haben wir hier noch ein bisschen rum kann man da was abgreifen da kann man Oli rein ich bespricht mit Gambling jetzt höre ich eine Position mit der sieht nicht aus wie ein Gambling, aber da hinten ist noch eine Truhe ey Arno Pilze also bei mir hast du noch keine Truhe aufgemacht das gibt's doch nicht, ey ey, heute klappt's von der Technik ja wieder super, ne Arno Pilze erhalten im Gambling aber jetzt? Alter, das ist ja 4-5 Sekunden Verzögerung komm mal, komm mal ist das wie bei Twitch oder was? und jetzt ist er wieder stehend ja, jetzt hat man wieder einen stehenden man, 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 das läuft ja heute wieder auch lustig, neben der FPS-Zahl steht äh Limiter Nonne ja, das ist auch sowas der FPS-Limiter ist auf Null da musst du eigentlich, eigentlich müsste das Spiel rennen wie Hölle weil eigentlich kann mein Rechner das locker ab eigentlich eigentlich hätte rede hätte hätte I jetzt komm, sag's kommt eth engl wれて tut mir leid, dass ich in dem part jetzt nichts gemacht habe außer Bohan Krieger andereseits, warum nicht weite Nacht werde ich Ferben Toll! Was? Hä? Du hast gerade mit einem beim ersten Grad... Oh, hier bist du gerade an der Truhe. Oh. Da ist eine Truhe drin, ne? Das ist doch nie normal. Elben Brosch des Zorns für Elgost. Gruppe Fiole der Kraft. Oh man, ja. Das gibt's nicht. Also so eine langsame Übertragung hatte ich noch nie. Also so verzögert. Da hinten seh' ich schon mal ne Truhe, die siehst du wahrscheinlich noch nie mehr. Du bist bei mir gerade am hochgehen einer Treppe. An einer Mauer. Das ist mehr als fünf Sekunden. Das gibt's hier nicht. Ach, also ich... Es ist ein angenehmes Aufnehmen, ne? Aber da ist ne Truhe drin. Das ist für Kämpfer aber scheiße. Äh... Es kann schlummer sein. Das ist absolut Käse für Kämpfer. Stell dir mal vor, es wäre ne Sekunde mehr. Gurtel schnallert das Schmiede für Hattöten. Jetzt lass mich du hier Penner hier. Bitch. Fiole der Erde. Ver-piss dich. Vor allem gesagt, ver-piss dich, bei mir ist noch gar nichts los. Ah, jetzt seh's. Die 10 Sekunden Verzögerung ist ein bisschen sehr heftig. Jetzt hast du es an den beiden Wachen vorbeigeschafft. Ja, super. Ja, super. Jans, 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 Jans. Ich find's lustig. Ich find's lustig. Ich find's lustig. Oh, jetzt müssen wir mal mit dem Spitzohr reden und du kriegst halt gar nicht mit. Ich krieg das später mit. Jetzt steht's. Mir gefällt das nicht. Ich glaub nach dem, nach dem Part hier machen wir den Call nochmal, weil die Verzögerung ist mir zu heftig. Sie kommen. Oh, was sind das hier für Änderungen? Legolas. Lego? Ich hab gern mit Lego gespielt. Sie auch. Ja, du könnt ihr mal einfach zu labern ey, ihr steht hier dumm rum. Mir gefällt das nicht. Ganz meinerseits. Sie kommen. Was können wir schon ausreden? Ey, das gibt's nicht. Das ist ohne Scheiß. Es ist mehr als 10 Sekunden Verzögerung. Legolas ist ein Waldlandreich. Es ist meine Herr und eurer Seine zu können. Es wird ein Blutbad geben. Ich fühle es. Oh, jetzt verbeugen sie sich. Ganz meinerseits. Alter, das ist furchtbar so aufzunehmen. Das ist ne Katastrophe. Ich find's lustig. Das können wir schon ausrichten. Ey, das ist so echt das Katastrophalste Let's Play, was ich bis jetzt gemacht hab. Ey, das gibt's nicht. Und weißt du was das jetzt haar ist? Die Sequenz ist beendet. Wir können nichts sehen. Es hat ein Blutbad geäben. Ich fühle es. Ey. Die Sequenz ist beendet. Ich beende den Part. Sag mal brav. Tschüss, lass los. Tschüss, Heidi. Tschau, Leute.